Na dann, auf eine Airborne-Zigarre, lieber Thomas Heinze. Was empfinden Sie beim Rauchen einer Zigarre? Durchweg positive Gefühle. Ich sollte aber kurz vorweg schicken, dass ich kein regelmäßiger Zigarrenraucher bin. Das heißt also, es gibt nicht einen bestimmten Tag oder eine bestimmte Uhrzeit, bei der ich mir vornehme, immer eine Zigarre zu rauchen. Wenn ich Zigarren rauche, dann immer in Gesellschaft. Und meistens dann bei einem guten Glas Wein und bei guten Gesprächen. Bei welcher Gelegenheit rauchen Sie eine Zigarre? Also eine Zigarre ist für mich etwas, dafür muss man sich erstmal entscheiden. Das ist nicht wie eine Zigarette, die man mal so zwischen Tür und Angel rauchen kann, um runterzukommen oder seine Sucht zu befriedigen, sondern eine Zigarre zu rauchen ist eben eine Entscheidung, weil das ja auch eine ganze Menge Zeit braucht. Also die muss man sich nehmen. Und das tut man natürlich, ehrlich gesagt, am besten im Kreise von Freunden. Erinnern Sie sich an Ihre erste Zigarre? Ich würde mal vermuten, dass das bei den Dreharbeiten von Homo Faber war. Und die habe ich von Peter Berling bekommen. Ein großartiger Schauspieler, man kennt ihn aus dem Namen der Rose, auch ein Autor und natürlich ein passionierter Zigarrenraucher. Und der hat mir sicher da auf dem Schiff eine angeboten, beziehungsweise ich weiß, dass er das getan hat. Was ist Ihre nachhaltigste Erinnerung mit einer Zigarre? Als ich Peter Ustinov kennengelernt habe. Ich war zur Jahrtausendwende in Jerusalem und habe da im Hotel American Colony residiert und habe auf dem hauseigenen Kanal ein Video gesehen über die Entstehungsgeschichte des American Colony Hotels. Und die war ganz eng mit der Familie Ustinov verbunden. Und da ich einen Freund hatte, der damals bei der Ustinov-Stiftung Vorsitzender war, habe ich den angerufen und sagte, als ich wieder zurück war in Deutschland, ich würde gerne mal Peter Ustinov kennenlernen und ob er das arrangieren könnte, weil ich vorhatte, eventuell einen Film über diese American Colony Hotel Entstehung zu machen. Und das hat er auch eingerichtet. Und so habe ich Peter Ustinov in einem sehr schicken Restaurant in Düsseldorf dann damals kennengelernt. Und im Anschluss an ein opulentes Mal haben wir dann eine Zigarre gemeinsam geraucht und ungefähr zwei, drei Stunden dann über dieses Hotel gesprochen. Das war für mich mit Sicherheit das nachhaltigste Zigarrenerlebnis. Was trinken Sie zu einer Zigarre? Rotwein liegt immer nah. Was gehört bei Ihnen zum Genuss? Grundvoraussetzung für Genuss ist meines Erachtens nach die Bereitschaft, sich Zeit zu nehmen. Denn nur wenn man sich Zeit nimmt und sich auf den Moment einlässt, kann man ihn auch genießen. Ihr Lieblingsgericht? Das variiert von Tag zu Tag. Aber ich weiß, dass ich, auch wenn das vielleicht heutzutage nicht mehr so gerne gehört wird, aber ich esse sehr gerne ein gutes, gutes Steak. Kochen Sie gerne? Ich habe ehrlich gesagt erst durch Zufall neulich diesen Raum entdeckt in meiner Wohnung, den ich noch gar nicht kannte. Der nennt sich Küche. Nein, ich koche nicht gerne, weil ich ehrlich gesagt gar nicht die Muße dazu habe. Und wenn ich das dann selber mache, einfach nur, weil man ja Essen zu sich nehmen muss und weil es dann warm oft auch besser schmeckt, dann stelle ich immer wieder fest, dass wenn der Aufwand und der Genuss in Anführungsstrichen anschließend nicht im Verhältnis zueinander stehen. Was können Sie am besten? Nudeln. Ich kann sehr gut Nudeln zubereiten und dann entsprechende Soßen warm machen. Der Begriff Airborne stammt ja aus der Fliegersprache und bezeichnet den Moment, in dem ein Flugzeug den Boden verlässt. Wo würde es denn mit Ihnen wieder landen? Was ist Ihr Lieblingsreiseziel? Ja, also das familiär bedingt haben wir ein kleines Häuschen in Spanien und damit sind ganz viele Familiengeschichten und Erinnerungen verbunden. Und das ist natürlich mein absolutes Lieblingsreiseziel, zu dem wir jedes Jahr auch fahren. Ich würde sonst sagen, alle diese Länder, die ich noch nicht bereist habe, ich würde zum Beispiel wahnsinnig gerne mal nach Neuseeland, ich würde gerne mal nach Australien, sind alles Länder, die ich noch nicht kenne. Welche Jahreszeit haben Sie am liebsten? Da ich jemand bin, der relativ schnell friert, schließen sich damit eigentlich schon drei Jahreszeiten aus, nämlich Frühling, Herbst und Winter und dann bleibt eigentlich nur der Sommer übrig. Wie entspannen Sie am besten? Also ich entspanne natürlich, wie wahrscheinlich jeder Mensch, am besten beim Schlafen. Wenn ich ausreichend Schlaf gehabt habe, dann bin ich auch gewappnet für den nächsten Tag. Mit wem würden Sie gerne eine Zigarrenlänge verbringen? Ja gut, ich hätte vor kurzem noch, hätte ich gesagt Al Pacino, aber ich hatte das große Glück, mit ihm mal zu Abend essen zu dürfen und deswegen würde ich mir dafür wahrscheinlich jetzt jemand anderes aussuchen. Wenn wir mal nicht lebende Personen nehmen würden, dann würde ich gerne mit John Cassavetes eine Zigarrenlänge verbringen. Das war ein ganz großartiger Schauspieler, Regisseur und Autor und das hätte ich wahnsinnig gerne gemacht. Das sind schon mal zwei ganz gute Vorschläge. Bei Bill Clinton wäre ich ein bisschen vorsichtiger, ich würde wahrscheinlich Barack Obama nehmen. Worüber können Sie lachen? Ich kann ehrlich gesagt fast über alles lachen. Ich muss aber dazu sagen, dass ich auch Gott sei Dank von schweren Schicksalsschlägen bislang in meinem Leben verschont geblieben bin und ich versuche im Grunde genommen allem irgendeine komische Seite abzugewinnen. Worüber lachen Sie überhaupt nicht? Ignoranz, Überheblichkeit, das nervt mich einfach wahnsinnig. Was mögen Sie an sich? Die Fähigkeit, immer wieder neue Menschen kennenzulernen, tolle Menschen kennenzulernen und die nicht nur einmal kennenzulernen, sondern dass die Bestandteil meines Lebens werden. Und da das wirklich tolle Menschen sind, sagt das ja irgendwie über mich aus, dass ich wahrscheinlich dann auch nicht so ganz scheiße bin. Und was mögen Sie nicht an sich? Ach, da gibt es eine ganze Menge Sachen. Aber herausragend ist, glaube ich, meine Ungeduld. Welche Fähigkeiten würden Sie gerne beherrschen? Kommt drauf an, was damit gemeint ist. Ob das jetzt übernatürliche Fähigkeiten sind, also was weiß ich, sich mit Scheigeschwindigkeit fortzubewegen oder unsichtbar zu sein und selbst scheinende Kräfte wie Wolverine zu haben oder so was. Da würde ich wahrscheinlich alles nehmen. Wenn wir über Fähigkeiten sprechen, die man wirklich selber erstmal erlernen muss oder erlernen kann, für die man auch ein Talent braucht, dann wäre das wahrscheinlich Musik machen. Also in welcher Form auch immer. Ich würde gerne ein Instrument spielen können, was ich nicht kann. Oder ich würde gerne singen können. Weil man mit Singen meines Erachtens nach ganz viele Menschen erreichen kann. Was ist für Sie vollkommenes Glück? So, als Schauspieler gibt es ja diesen Moment, wenn man vier Stunden lang auf der Bühne gestanden hat und dann vor das Publikum tritt und der Applaus kommt. Und wenn die dann auch noch aufstehen, man Standing Ovations bekommt und noch von Bravo-Rufen irgendwie überschüttet wird, das fühlt sich schon dann fast wie vollkommenes Glück an. Aber für mich ist es ganz, ganz wichtig, weil nur dann kann ich irgendwie Glück empfinden, wenn ich weiß, dass es den Menschen, die ich liebe, wirklich gut geht. Denn wenn ich wüsste, dass es einem schlecht geht, dann könnte ich selber auch nicht ganz glücklich sein. Und das größte Unglück? Dass meinen Kindern irgendetwas zustößt. Was war die beste Entscheidung Ihres Lebens? Kinder zu bekommen. Die beste Entscheidung meines Lebens ist aber natürlich auch, dass ich dem Ruf meiner Leidenschaft gefolgt bin und Schauspieler geworden bin. Also ein Leben ohne die Schauspielerei oder ohne den Film im Gesamten kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Was wäre für Sie eine Herausforderung? Naja, große Herausforderungen begegnen mir natürlich in meinem Beruf ständig. Jede Rolle, die ich annehme, muss in irgendeiner Form bewältigt werden. Und da lässt man sich ja auch immer wieder auf ganz neue Parameter ein. Also das ist immer eine Auseinandersetzung oder eben eine Zusammenarbeit mit dem Regisseur. Man muss sich immer in diesen Charakter reinfinden, was mal mehr und mal weniger gut gelingt. Man muss das, wenn man das gemacht hat, eben auch gut umsetzen. Und jede neue Rolle bringt eine ganze Menge Herausforderungen mit sich. Was ist Ihr Lebensmotto? Ich weiß nicht, das klingt immer so ein bisschen nach Poesiealbum. Aber wenn ich ein Lebensmotto hätte, dann wäre es Carpe Diem. Also nutze den Tag, nutze den Moment, nutze eigentlich jede Sekunde deines Lebens. Und verschwende nicht zu viel Zeit mit der Vergangenheit und auch nicht mit dem, was in der Zukunft kommen wird, sondern versuche, die Gegenwart zu leben. In welcher Zeit hätten Sie gerne gelebt? Ich wäre wahrscheinlich ganz glücklich gewesen im Hollywood der 50er Jahre oder in Las Vegas in den 60er Jahren, als das Rat Pack entstanden ist oder so. Das muss irgendwie eine ganz gute Zeit gewesen sein. Wer ist Ihr Lieblingsschriftsteller? Da gibt es natürlich eine ganze Menge. Also sich da auf einen festzulegen, fällt mir relativ schwer. Ich würde, also ich liebe Bücher von Gabriel Garcia Marquez. Javier Marias finde ich auch ganz, ganz toll. Natürlich Heinrich Heine oder etwas zeitgenössischer aus Deutschland. Dann Daniel Kehlmann. Oscar Wilde finde ich super. Fasseur Peter Ustinov hat eben Bücher geschrieben, die ich toll fand, aus Frankreich. Gustav Lobert oder dann aus Spanien nochmal Miguel de Cervantes. Don Quixote de la Mancha ist einfach alles großartig. Aber müsste ich mich auf einen festlegen, dann wäre es natürlich William Shakespeare. Welche Figur wären Sie gerne für einen Tag? Dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo plötzlich bei Astrid Lindgren anzufinden. Ob ich dann Kai Kaysern vom Dach wäre mit so einem Propeller auf dem Rücken oder eben meinetwegen auch Pippi Langstrumpf. Oder könnte ich jetzt sofort tauschen, dann würde ich wahrscheinlich mit Richard Branson tauschen. Weil der fliegt ins Aal. Es gibt natürlich eine ganze Menge anderer Leute. Aber auch da würde ich es immer in dem Fall nicht nur von der Person abhängig machen, sondern auch von einem bestimmten Zeitpunkt. Also ich würde jederzeit natürlich mit Cary Grant tauschen. Aber am liebsten dann, wenn er gerade mit Grace Kelly über den Dächern von Nizza dreht. Natürlich. Was sind Ihre aktuellen Projekte? Ich habe gerade einen Film abgedreht über Künstliche Intelligenz. Der spielt in der Zukunft und heißt die letzte Erfindung. Und setze ich eben mit dem Thema Künstliche Intelligenz. Intelligenz und auch damit nicht nur einhergehenden Vorzügen, sondern natürlich auch mit den Gefahren auseinander. Ich fand auch spannend, wie das Projekt insgesamt aufgebaut wurde. Weil es gibt ganz viele führende Wissenschaftler auf diesem Gebiet, die es auch gibt in dem Film. Die kommen alle mit ihren verschiedenen Statements vor. Und so, ich weiß nicht, da das unabhängig jetzt von unserem fiktionalen Teil gedreht wurde, weiß ich nicht, ob sie das dann noch so umsetzen. Aber es war geplant, dass die dann eben durch unsere Motive auch immer durchlaufen. Einen Film gibt es aber noch, über den ich auch gerne reden würde. Das ist ein Tatort, ein Kölner Tatort, den ich gedreht habe oder den wir gedreht haben, in dem ich einen Schauspieler spiele. Haben Sie zum Schluss für uns einen Genusstipp fürs Leben? Im Grunde genommen habe ich den schon gegeben. Nehmt euch Zeit, Leute. Das Leben rast an einem vorbei. Je älter ich werde, desto klarer wird mir das. Und ich kann nur jedem raten, irgendwie so oft wie möglich aus dem Hamsterrad aussteigen und sich einfach mal hinsetzen, Ruhe nehmen, ein bisschen reflektieren und Zeit. Lieber Thomas Heinze, herzlichen Dank für das amüsante Gespräch. Und dass Sie uns für unser siebtes Podcast-Gewinnspiel, das heute startet, als einen Gewinn für unsere Zuhörer. Vom Carlos André Cooking for Friends in Reims eine Magnum-Flasche Champagner Baron de Roche mitgebracht haben.